Aber wie können die das alles sehen? Durchs Fenster. Sie sitzen daheim am Fenster und schauen zu. Wie viele Fenster durften geöffnet sein? So gut wie alle. Ja, kennen wir denn überhaupt kein Maß mehr? Ja, kein... Also, Sie sorgen dafür, dass alle offenen Fenster geschlossen werden. Elsa! Elsa! Papa, nicht aufregen. Mir geht's gut. Es ist alles in Ordnung. Ich reg mich nicht auf. Wie fühlst du dich, meine Tochter? Bist du gesund? Hey, Sie! Vorsicht, bitte! Wenn wir Sie noch mal ohne Augenbinde auf der Straße erwischen, bringen wir Sie zum Augenarzt, klar? Aber ja, 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 natürlich.